Wie lange hast denn du heute gebraucht? Ich drei Minuten. Ist das nicht gemein? Irgendwie ist das ungerecht. Aber ihr seht beide gut aus, auch als Paar seht ihr natürlich gut aus. Tanzt ihr dann als Paar auch so gut? Ja, na klar. Komm, wir machen dir mal eine ganz kurze Vorführung. Warte, pass auf, Vorsicht. Und ich?